So, Rick, was ist mit dir los? Wie ist das Leben? Das ist ein roter Kopf, Freunde. Geht das nochmal? Wie ist das Leben? Ich kenne dich nicht. Lass mich in Ruhe. Ah, jetzt tut er so, als würde er mich nicht kennen. Wie ist das Leben? Hau ab. Du störst mich. Okay. Ja, dann.